Hey, Johannes hier für NBB.com und auf dem Mobile World Congress 2022 hat Realme sein neues Flaggschiff vorgestellt, und zwar das Realme GT2 Pro. Realme verbaut hier ein 6,7 Zoll AMOLED mit einer hohen Auflösung von 3216 x 1440 Pixel, was eine Pixeldichte von 526 ppi ergibt. Dazu bietet das Display, wie bei den Topphones aktuell üblich, 120 Hz und es wird durch Corning Gorilla Glass Victus vor Kratzern und Stößen geschützt. Das Display ist auch besonders hell, denn es bietet bis zu 1400 Candela. Das ist nicht nur für Outdoor-Aktivitäten, sondern natürlich auch für HDR-Inhalte sehr interessant. Die Frontkamera in der Punch-Hole löst mit 32 Megapixel auf. Als SoC kommt hier der neue Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz. Dazu entweder 8 GB RAM und 128 GB Speicher oder 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Dabei setzt Realme auf LPDDR5 RAM und schnellen UFS 3.1 Speicher. Was mir direkt gefallen hat, war hier zuerst einmal die Farbe Paper Green. Es sieht wirklich einfach klasse aus und fühlt sich mit seiner matt designten Oberfläche auch noch richtig gut an. Der Designer Naoto Fukasawa hat sich hier auch direkt neben dem Kameramodul mit seiner Unterschrift verewigt. Und wenn wir schon mal auf der Rückseite sind, hier haben wir auch eine Triple-Camera verbaut mit einer 50 Megapixel-Weitwinkel-Kamera, einer 50 Megapixel-Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 150 Grad Sichtfeld, also besonders groß, und einer 3 Megapixel-Makro-Kamera, die es in sich hat und eine 40-fache Vergrößerung bietet. Videos können hier mit bis zu 8K aufgenommen werden. Der Akku bietet 5000 mAh und kann mit 65 Watt schnell wieder aufgeladen werden. Das Betriebssystem ist Android 12 zusammen mit der Benutzeroberfläche Realme UI 3.0. Was auch schön ist, Realme garantiert mindestens 3 Jahre Android-Updates und 4 Jahre Android-Sicherheits-Updates. Von der Konnektivität her bietet das Phone 5G, WLAN 6E, Bluetooth 5.2, NFC und USB 2.0. Preislich geht es schon ab 750 Euro los und das ist, wie ich finde, ein guter Preis für die gebotene Hardware. Alles in allem hat mir das Realme GT 2 Pro hier auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es wird ab dem 8. März in den Handel kommen und in den Farben Paper White, Paper Green, Steel Black und Titanium Blue angeboten. Ja und das war mein Hands-On, das neue Realme GT 2 Pro hier vom Mobile World Congress 2022. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.